Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Während es hier schon wieder T-Shirt-Wetter ist, habe ich ein weiteres Interview für euch. Und zwar diesmal mit Jochen Keller. Jochen ist ein begeisterter Naturfotograf, Naturschützer, aber auch Reisender. Er redet aber auch auf Messen. Ich habe mit ihm gesprochen, es war total interessant. Er konnte mir ganz viele neue Einblicke in eine neue Welt für mich bieten. Es ist etwas länger geworden. Insofern nehmt euch vielleicht einen Tee oder einen Kaffee, nehmt euch die halbe Stunde und genießt es. Außerdem hat er für euch noch ein Angebot, was ich euch jetzt noch nicht vorwegnehmen möchte. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Wirklich, es hat total Spaß gemacht und ich denke, jeder von uns kann noch was lernen. Schaut auf jeden Fall nochmal in die Videobeschreibung. Und jetzt möchte ich auch gar nicht weiter rumlabern. Beginnen wir einfach direkt mit dem Interview. Also dann heute ein weiteres Interview, heute mit Jochen Keller. Und ich würde einfach mal sagen, wir beginnen damit, dass du dich mal für die Zuschauer vorstellst. Ja, hi Kalle. Vielen Dank, es ehrt mich, dass ich hier in deinem Kanal zu Gast sein darf. Also ich bin der Jochen, 23, na 23 sage ich schon, ha, schön wär's. 32 Jahre alt aus Mannheim. Bin Naturfotograf, vorwiegend im Bereich der Vögel unterwegs. Und das ist ja genau dein Thema. Deswegen wollen wir heute mal ein bisschen darüber sprechen, was ich so mache. Ja, 2012 habe ich angefangen zu fotografieren. So nach dem Motto, Mediamarktprospekt, oh da ist eine Kamera drin, die hole ich mir jetzt mal. Und dann mache ich coole Bilder, was natürlich nicht so war. Und dann habe ich viel gelernt, viel ausprobiert. Und im Jahr 2016 habe ich dann mich vertiefter in der Tierfotografie versucht. Und seitdem ging eben die Lernkurve steil bergauf. Und ich habe mir meines Erachtens schon ein ganz schönes Portfolio an Bildern inzwischen aufgebaut. Und es macht eben sehr viel Spaß, draußen in der Natur zu sein und zu fotografieren. Und eben neben dem Fotografieren habe ich mir auch so ein bisschen die letzten Jahre auf die Fahne geschrieben, mein bisschen Wissen etwas weiterzugeben an andere Fotografen und die, die es werden wollen. Und eben einfach, ja, das, was ich falsch gemacht habe, den Leuten zu zeigen, dass sie es eben nicht falsch machen. Und das, was ich richtig gemacht habe, eben den Leuten zu zeigen, dass sie es richtig machen. Ja, falls mein Bild hier ein bisschen wobbelt ab und zu so, liegt daran, dass es hier der Laptop auf dem Kissen auf meinem Knie steht. Also hier ist keine Erdbebengefahr oder so, nur falls sich jemand wundert. Ja, genau, das mal ganz grob zu mir. Ja, das hört sich ja ziemlich interessant an. Jetzt wissen wir schon mal, wer du bist, wie du zur Fotografie gekommen bist und auch zur Natur. Gibt es von dir, ich frage jeden Interviewgast erstmal, gibt es ein Bild, wo du direkt sagen würdest, das ist mein Bestes? Oder kannst du da nichts zu sagen? Boah, das ist echt schwierig, zumal ich vor kurzem bei einem Fotowettbewerb mitgemacht habe. Und da muss man ja auch wirklich seine vielen Bilder, die man hat, wirklich auf so die vier, fünf Highlights runter reduzieren. Das ist gar nicht so einfach. Spontan fällt mir ein, ein Bild, was ich fotografisch als eines meiner Besten bezeichnen würde. Das ist einer der Halsbandzittiche. Die gibt es hier in Mannheim, wo ich wohne. Da gibt es die in freier Wildbahn, die irgendwann mal ausgebüxt sind und sich seitdem hier quietschfidel vermehren. Den habe ich mal in einem schönen Baum erwischt, wo er quasi schön eingerahmt von teilweise scharfen, teilweise unscharfen Blättern sitzt. Schön beleuchtet, schöne Hintergrundbeleuchtung. Und erhält eben so einen kleinen, ja wie so einen Mini-Apfel, ich weiß gar nicht genau, wie diese Frucht heißt, einfach so ins Bild und als Bildunterschrift so Wolle Apfel kaufen, so in dem Sinn. Und das quasi gerade so am Vorbereiten vom Abkauen von dem Apfel. Das ist so eins meiner fotografisch coolsten Bilder. Ja, ja doch, das glaube ich. Oftmals ist ja dann, oder hat man als Fotograf ja Schwierigkeiten, das objektiv zu bewerten, weil man ja noch irgendwie eine Geschichte, ein Erlebnis dahinter hat. Kannst du das auch teilen? Also irgendwie teilweise sind es ja unspektakuläre Bilder, die für den Fotografen viel, viel wichtiger sind. Und dadurch, dass eine so viel interessantere Geschichte dahinter ist. Genau, bei dem Bild ist natürlich fotografisch, finde ich, ein cooles Bild. Aber da ist jetzt nicht so die besondere Story hinten dran. Ja, ich bin hier in dem Spot, wo man die Papageien öfters mal sehen kann, rumgestreunt. Habe ein paar Bilder gemacht und hat irgendwie alles gepasst. Also das ist eher 0815. Also es gibt andere Bilder. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich auf Borkum im letzten Jahr, habe ich zum allerersten Mal eine Sumpfoorreule fotografieren können. Also ein sehr, sehr cooles Motiv, wo ich schon ganz, ganz lange scharf drauf war. Und ich war eben eher im Rahmen von einem Familienausflug eine Woche lang auf Borkum. So eine Mischung aus Familienzeit mit diversen Verwandten. Und eben frühmorgens, wenn alle noch schlafen, aufstehen, fotografieren. Und wenn ich um 9 Uhr wieder zurückkomme, sind die auch alle wach. Dann gibt es Frühstück, so ungefähr. Und da bin ich eben rumgestreunt und habe eben gehofft, die latente Hoffnung gehabt, eben diese sehr seltene Sumpfoorreule, die möglicherweise überhaupt auf Borkum zu finden ist, wirklich mal vor der Kamera zu kriegen. Habe es natürlich nie geschafft. Und es war wirklich so Hollywood-reif. In dem Sinne, dass ich quasi am letzten Tag, bei der letzten Wanderung über die Salzwiesen, war quasi schon fast Dämmerung oder das letzte Abendlicht. Und wir sind quasi schon zurück. Und ich habe gedacht, okay, es war hier schön, habe coole Bilder gemacht. Aber mit der Eule war es dann eben doch nichts. Und plötzlich kommt sie eben irgendwo 30 Meter weiter hinten aus der Düne raus und fängt an, darum zu flattern. Und ich habe natürlich irgendwie alle fotografischen Grundsätze vergessen, habe meine Kamera hochgerissen und habe irgendwie abgeballert, als wäre ich Rambo. Hauptsache, ich kriege diese Eule irgendwie scharf. Und im Nachhinein sind wirklich ein paar coole Bilder entstanden. Keine mega spektakulären Award-Willing-Fotos. Aber durchaus einige, die wirklich scharf waren. Schöne Flugbilder von der Eule. Und ärgerlicherweise hatte ich natürlich auch einige, wo sie komplett frontal auf mich zufliegt und wirklich genau in die Kamera guckt. Aber die waren leider alle unscharf und habe ich alle wegschmeißen müssen. Aber das war eben so ein cooles Erlebnis, dass man eben wirklich so kurz vor knapp, wenn man eigentlich schon denkt, okay, da kommt eh nichts mehr, dass man dann noch wirklich die Sumpfohreule abballern kann. Und eben ein paar coole Bilder kamen raus. Eben keine award-trächtigen Fotos, aber vorzeigbare Bilder. Und klar, das ist natürlich eine richtig coole Story, an die ich mich immer gerne zurückerinnere. Ja, das glaube ich direkt. Ist ja oft so, dass man gerade anfängt zusammenzupacken und dann irgendwie noch die perfekte Situation auf einen kommt. So oft auf dem Weg zum Fahrrad oder zum Auto noch dem Eisvogel begegnen. Und auf einmal fliegt er nicht auf 50 Meter Entfernung schon weg, sondern setzt sich 10 Meter vor einem auf den Ast. Und dann denkt man sich, ja, wenn ich jetzt auspacke, dann ist er wieder weg. Und so ist es dann meistens auch. Eben, das hatte ich auch in einem Ansitz schon mal, wo ich eben in einem Eisvogelansitz war. Und da habe ich wirklich alles schon eingepackt und dann kam er. Dann habe ich überlegt, okay, packe ich jetzt aus, weil wenn ich mich zu sehr bewege, haue er vielleicht wieder ab oder denke ich, komm, war halt mal nichts. Er kam mal ein bisschen zu spät, habe ich doch nochmal ausgepackt. Und ein paar schöne Bilder habe ich doch noch gekriegt. Also ja, die Situation kennen, glaube ich, viele Fotografen. Oder auch die Vogelbeobachter, wie du einer bist. Ja, also klar, in der Natur ist halt nichts irgendwie so berechenbar, wie man es gerne hätte. Aber das macht es ja irgendwie auch so ein bisschen aus. Kommen wir vielleicht zur nächsten Sache. Du hast ja schon die Sumpfeule angesprochen. Gibt es noch andere seltene Arten oder Allgemeinarten, vielleicht auch Landschaften? Du beschränkst dich ja nicht nur auf die Vogelfotografie, die du gerne mal vor der Kamera haben würdest. Boah, da gibt es so viel. Also das Erste, was mir natürlich einfällt, ist die Antarktis. Das ist mein großes fotografisches Ziel, da mal hinzugehen. Antarktis ist an sich nicht kompliziert, ist einfach nur schweineteuer. Also Antarktis-Kreuzfahrten sind einfach kostspielig. Da muss man mit fünfstelligen Summen kalkulieren wahrscheinlich, wenn man keine überkrassen Deals bekommt. Aber eben, da die Kaiserpinguine zu fotografieren, die Seeleoparden, die Seelefanten, die Königspinguine, die anderen Vogelarten, die es da gibt, Albatrosse, also Südgeorgien, Antarktis, ist das, was ich auf jeden Fall unbedingt mal machen will. Da spare ich auch schon ziemlich lange dran, habe sogar so ein Antarktis-Konto angelegt, wo jeden Monat pro Euro draufgehen. Und ja, ansonsten, so ein Wunschbild, das mir vorschwebt, ist ein Bartkauz, der quasi so 30 Zentimeter über dem Boden auf mich zufliegt und genau in die Kamera guckt, über schneebedeckten Boden. Das ist auch noch so ein Wunschmotiv, weil ich Bartkauz irgendwie unglaublich schöne Tiere finde. Was gibt es noch an Landschaften? Eben Nordpolarmeer, beziehungsweise Nordkap-Spitzbergen ist auch sehr interessant, will ich auch mal hin. Kamtschatka interessiert mich für die Riesenseeadler und die Grizzlies, die da die Lachse aus dem Fluss fischen. Ja, das sind so die ersten Highlights, die mir so einfallen, wo noch große Ziele sind. Und natürlich auch irgendwie, ja, in der einheimischen Natur gibt es noch einige Arten, irgendwie Widerhopf oder Eisvogel habe ich auch schon, aber noch nicht so wirklich geil, immer nur so mit High-Eso, so am Grenzbereich. Also auch da habe ich nochmal durchaus Ambitionen nochmal anzugreifen. Ja, dann ist die Liste ja auf jeden Fall noch voll. Dann hast du noch ein paar Jahre was zu fotografieren. Ja, absolut, ja. Beim Widerhopf musst du mal bei uns vorbeikommen im Kaiserstuhl. Da ist ja, geht es relativ gut. Ich weiß gar nicht, ob gibt es den bei euch da oben? Also es gibt ein paar hier, aber ich habe mal einen gesehen, irgendwie an dem Spot, wo ich recht gut hier die Bienenfresser fotografieren kann. Aber der war halt irgendwie 80 Meter hinten drin. Was sieht ihn im Fernglas so als kleinen Punkt? Aber viel näher habe ich noch nicht gekriegt. Ja, aber zumindest schon mal gesehen, immerhin. Kommen wir vielleicht mal zu deinen Projekten. Du hast schon vorhin kurz angesprochen, dass du in der Vergangenheit ein paar Projekte hattest. Und kannst du die einfach mal so ein bisschen erläutern? Ja, Projekte. Wie gesagt, ich habe schon angesprochen, dass ich eben nicht nur fotografiere, sondern eben auch quasi ein bisschen Lerninhalte weitergeben will. Da war das erste große Projekt, das ich gemacht habe, dass ich ein E-Book geschrieben habe mit dem Titel Fliegende Vögel fotografieren. Quasi 40 Seiten zusammengeschrieben habe an allen möglichen Tipps. Nicht nur für Fliegende, eigentlich auch für sitzende Vögel. Für Einsteiger wie für Profis geeignet. Ich habe das quasi kostenlos zur Verfügung gestellt zum Runterladen. Mittlerweile schon, glaube ich, 420 Leute, die es sich geholt haben. Feedback durchaus positiv. Das hat mich dann bestärkt, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht wird es doch irgendwie was mit mir als Tutorial-Mensch oder als Lehrperson. Und dann habe ich eben auch mit YouTube so ein bisschen angefangen und da schon ein paar Videos hochgeladen. Und eher spontan aus der Taufe gehoben, habe ich dann den Podcast, den Naturfotocast. Ich hatte bei Instagram mal so einen gesplitterten Livestream gemacht als Interview mit einem anderen Fotografen. Man kann da ja quasi, wenn man live geht, bei Instagram Leute zuschalten. Da gibt es so einen Splitscreen und dann kann man quasi reden. Und der ist natürlich nur 24 Stunden aktiv nach dem Live und dann ist er wieder weg. Und danach haben einige Leute geschrieben, bei ihm und bei mir, im Sinne von, ey, ich habe es nicht ganz gucken können. Kann man das nochmal anhören? Wo gibt es das? Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn die Nachfrage da ist, lade ich mal das Audio irgendwie hoch. Dann habe ich gedacht, komm, machen wir es gleich richtig. Machen wir es irgendwie im Podcast-Format. Und dann hatte ich quasi für mich so den Ablieferungsdruck, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich irgendwie regelmäßig da auch Content bringen. Und habe dann eben angefangen, alle möglichen Fotografen, die ich interessant finde, zu akquirieren und ein bisschen zu interviewen. Teilweise auch selber ein bisschen was geredet habe. Und inzwischen Stand heute, wo wir das aufnehmen, sind schon 20 Folgen draußen mit verschiedensten Themen. Und das ist eben auch so ein Projekt, das ich noch weiter betreiben will, weil es eben einfach Spaß macht. Und ja, was gibt es noch so? Eben fotografische Projekte, ja, Projekte in Anführungszeichen. Es gibt eben immer noch Ziele, wo man hinfahren will. Ich werde jetzt dieses Jahr auf die Shetland Islands fliegen, vorausgesetzt diese ganze Corona-Misere da. Macht mir keinen Strich draus, dass irgendwie England irgendwann die Schotten dicht macht. Und da habe ich eben Papageientaucher im Fokus oder die Schmarotzerraubmöwen, Sturmtaucher. Und wenn ich das Glück habe, vielleicht auch mal Seeotter oder Orcas. Also das ist quasi so ein Destination-Projekt, das ich noch mal angehe. Und ja, das sind die Dinge, die mir jetzt spontan einfallen. Ja, außerdem hast du ja noch einen Lightroom-Kurs. Ah, stimmt, ja. Der ist ja jetzt auch ziemlich neu raus. Kannst du da auch noch was dazu sagen? Genau, ich habe quasi einen kompletten Videokurs gemacht. Der heißt Zeitsparen in Lightroom. Und er heißt nicht Bilder bearbeiten in Lightroom. Also ich zeige darin nicht, wie bearbeitest du deine Bilder, sondern ich zeige darin in, ich glaube, 13 Videos insgesamt, zwei Stunden Laufzeit, Wege auf, wie man eben die Lightroom Classic Software eben zeitsparender und effizienter bedienen kann. Weil der Grundgedanke kam auf, als ich mit ein paar Fotokollegen auf einer Fototour war, ein paar Tage lang. Und am Schluss sitzen wir natürlich zusammen. Jeder hat irgendwie Laptop offen und bearbeitet Bilder. Und ich habe eben so über die Schulter geguckt, was die anderen so machen. Und habe immer mal wieder gesagt, ey, mach es doch mal so und so. Das geht viel schneller. Und er so, was? Wusste ich gar nicht. Nächstes Mal wieder irgendwie, ah, komm, drück doch mal den Regler. Da kommst du viel schneller ins Menü, als wenn du immer über die Menübefehle gehst. Ne, doch einfach die Tastenkombination. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist ja doch irgendwie bei anderen Leuten noch so, das Wissen noch nicht so vorhanden, dass man eben in Lightroom eben viele Automatisierungen nutzen kann, viele Abkürzungen verwenden kann. Und einfach eben in Summe seine Bildschirmzeit, das ist so mein Werbetext, um 80% schrumpfen kann. Und dann habe ich eben einfach Bildschirm abgefilmt, dazu erzählt und erklärt und ein paar Videos aufgenommen und das eben als Videokurs zusammengepackt. Und den haben sich auch schon einige geholt. Der kostet nur 15 Euro. Gibt auch Geld-Zurück-Garantie innerhalb von 30 Tagen, wenn man das sich anguckt und merkt, okay, ich weiß tatsächlich schon alles oder das ist irgendwie total scheiße, was der erzählt. Also eigentlich überhaupt kein Risiko. Und auch da ist die Resonanz bisher ziemlich gut. Ja, das glaube ich. Also so bei Lightroom, ich denke mal, jeder Fotograf kennt das irgendwie, wenn man mit 500 neuen Bildern zurückkommt. Keiner hat Lust, da noch mehrere Stunden vorm PC zu sitzen. Ich denke mal auch, dass es für meine Community sehr relevant ist. Kannst du uns da irgendwie vielleicht ein Sonderangebot machen für alle Zuschauer oder gibt es das irgendwie? Ja, warum eigentlich nicht? Also pass auf, das Ding kostet 15 Euro. Wir machen einfach 15% ab. Können wir gerne machen. Ich richte einfach einen entsprechenden Rabattcode ein. Vielleicht machst du es irgendwie als Link in die Videobeschreibung oder so, wie man da dran kommt. Und eben, dann kriegt man 15% Rabatt. Dann kostet es nur noch 12 Euro irgendwas oder 11 Euro irgendwas. Keine Ahnung. Macht einen Taschenrechner auf. Ich bin schlecht in Mathe. Ja, können wir gerne machen. 15% für alle Abonnenten von deinem Kanal. Vielen Dank. Dann packe ich den Link unten in die Beschreibung. Da freuen sich bestimmt sicherlich einige, weil wirklich kein Fotograf oder kein Naturfotograf sitzt gerne daheim, denke ich, noch ewig vorm Rechner. Jetzt haben wir über die Vergangenheit, über die Gegenwart gesprochen. Schauen wir mal in die Zukunft. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Gibt es da irgendwelche Projekte, die du auf jeden Fall noch machen möchtest? Das hast du ja zum Teil schon angesprochen. Aber vielleicht auch beruflich oder mit deiner Selbstständigkeit. Gibt es da irgendwas, wo du sagen möchtest, das ist mein Ziel, da möchte ich hin? Konkrete Ziele, wo ich jetzt wirklich sage, okay, in fünf Jahren will ich genau da sein, habe ich aktuell noch nicht. Was mir vorschwebt, ich habe vor kurzem einen Vortrag auf einer Naturfotomesse gehalten. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich merke irgendwie, dass mir das irgendwie so ein bisschen liegt. Diese Vortragsrednerei, vielleicht auch vom Publikum ein paar Tipps geben. Da ist natürlich die Ambition groß, dass man da in größere Sphären vordringt. Die großen Namen sind hier Horizonte Zingst, Fotokina, Mundologia und so weiter. Dass man da vielleicht irgendwann mal den Fuß in die Tür kriegt. Das wären so Fernziele, fotografische Projekte, eben diese Antarktis-Nummer, die ich vorhin angesprochen habe. Das hoffe ich, dass ich das vielleicht in fünf Jahren realisiert haben werde können. Und ja, ansonsten YouTube-Podcast weiterhin ausbauen und weiterhin irgendwie Lerninhalte und Tutorials für die Fotografen da draußen raushauen. Und eben, mit einem Videokurs zum Beispiel kann man sich auch ein bisschen was dazu verdienen. Ich meine, meine Reichweite ist nicht so riesig, der Kurs ist nicht so teuer. Ich will den Leuten auch kein Cash aus dem Ärmel ziehen, sondern eben vernünftige Preise da anbieten. Damit wird man nicht reich, ist klar. Das ist ein nettes Zubrot, ich mache das ja auch nicht hauptberuflich. Ich habe hauptberuflich noch einen Hauptjob, das ist quasi so ein Hobby und ein kleines Zubrot nebenbei. Aber klar, auch wenn man das irgendwie ein bisschen aufbessern kann, why not? Also da sperre ich mich auch nicht dagegen. Ja, so ähnlich ist es bei mir ja auch, nur dass ich statt Hauptberuf halt noch Student bin. Aber kannst du dir vorstellen, irgendwie in Zukunft das auch dann hauptberuflich zu machen? Irgendwie die verschiedenen Messen und Vorträge, kannst du dir das irgendwie vorstellen? Oder soll das für dich weiterhin ein Hobby bleiben? Vorstellen kann ich es mir, absolut, das hauptberuflich zu machen, weil es einfach mega Spaß macht. Aber eben ich weiß, wie schwer das ist, eben gerade in der Nische Naturfotografie wirklich davon leben zu können. Weil so viele Messen sind es ja über auch nicht. Die Honorare sind wahrscheinlich auch nicht so groß, dass es irgendwie drei, vier Monate die Miete, alle Rechnungen und Lebensunterhalt bezahlt. Und eben YouTube-Einnahmen ist verschwindend gering, mit einem Podcast verdient man nichts. Natürlich kann man irgendwie mit Videokursen und so weiter noch ein bisschen was reinholen, aber Wunschvorstellung ja, dass es so sein wird. Aber realistisch gesehen glaube ich, dass es wirklich, wenn man einen gewissen Lebensstandard haben will, der ist jetzt bei mir auch nicht so ewig hoch. Ich brauche keine Ferraris und keinen Whirlpool im Bad, aber auch für normale Mieteinnahmen und Lebenshaltungskosten, glaube ich, wird es sehr schwierig. Also ich kenne ein paar Leute, die das nahezu hauptberuflich oder hauptberuflich machen und es hat schon eine große Ungewissheit dabei. Irgendwie man hat keine regelmäßigen Gehaltschecks, die reinkommen und vor allem kein Reier und keine Sumpfeule bucht mich und sagt, mach mal ein Hochzeitshooting von mir. Ja, ist ja keine klassische Auftragsfotografie, sondern eben halt, ja, man muss selber aktiv werden, ganz viel Zeit draußen verbringen. Die bezahlt einem auch niemand. Also eben Wunschvorstellung ja, aber realistisch gesehen glaube ich, man sollte mehrgleisig fahren und den Hauptjob behalten und das nebenbei machen. Und man kann ja den Hauptjob vielleicht irgendwann so ein bisschen runterfahren, nur noch vier Tage statt fünf Tage die Woche arbeiten oder so und es vielleicht irgendwie auf dem Weg irgendwie deichseln und dranbleiben. Ja, ja klar. Aber wenn man schon mal die Vision hat, dann ist es ja, also wenn man schon mal weiß, wo man ungefähr hin will, dann ist man glaube ich schon weiter als die meisten anderen. Kommen wir mal zu Tipps für Fortgeschrittene, für Anfänger in der Naturfotografie. Du bist ja jetzt schon einige Jahre dabei. Kannst du so vielleicht fünf Sachen, drei Sachen, irgendwie die wichtigsten Tipps für Fotografen raushauen? Drei, vier, fünf wichtige Tipps. Das Wichtigste ist eigentlich, unabhängig davon, welche Kamera, welche ISO, welche Blende, welches Objektiv, dass die Bildgestaltung einfach stimmen muss. Und da ist es auch scheißegal, welche Kamera man hat. Auf den Hintergrund achten ist genauso wichtig wie der Vordergrund. Das ist so ein Tipp, den einfach viele Leute falsch machen. Man sieht irgendwie einen Eisvogel und im Hintergrund ist ein Straßenschild und eine Mülltonne zum Beispiel, statt irgendwie eine schöne plane Fläche oder irgendwie verschwommenes Laub oder irgendwie ein Fluss oder sowas. Also einfach auf Bildgestaltungsregeln achten. Da auch gerne meine Videos dazu angucken, wenn da die Leute drauf Lust haben. Eben nicht zu eng zuschneiden. Viele Leute kästeln ihre Vögel irgendwie so in den Frame ein und der Schnabel ist irgendwie hier und der Schwanz ist da. Und es ist überhaupt keine Umgebung noch drauf. Also eben den Tieren Platz lassen, dass man die Umgebung noch sieht. Auf Hintergründe achten, einfach sich mit Bildgestaltung allgemein auseinandersetzen, bevor man irgendwie ins Zehntel und ins Hundertstel geht, ob es die ISO von dem Objektiv oder von der Kamera irgendwie doch ein bisschen feinkörniger ist als die ISO von der Kamera. Das ist auch relevant, ja, aber Bildgestaltung ist an sich viel wichtiger. Und ansonsten eben einfach viel lesen, viel lernen und erkennen, was man noch nicht kann. Weil um was zu lernen, muss man erst mal erkennen, okay, das kann ich noch gar nicht. Und eben da sind sich vielleicht auch manche zu eitel oder zu wenig selbstreflektiert, um zu merken, meine Bilder sind zwar unscharf, aber aus welchem Grund sind sie denn unscharf? Ist meine Verschlusszeit zu lang, dass der Vogel einfach nicht eingefroren werden kann? Ist meine Kameraführung, die Hand einfach zu unruhig, dass es nicht passt? Ja, sich einfach damit beschäftigen und meine Videos gucken, Schleichwerbung Ende. Und ja, das waren einfach so ein paar Dinge, die mir jetzt spontan einfallen. Es ist schwierig jetzt so, irgendwie so die allerwichtigsten Dinge spontan irgendwie aufeinander zu bringen. Eben Bildgestaltung, Hintergründe ist wichtig und einfach auch mal, wenn man Freihand fotografiert, eben eine ruhige Kameraführung trainieren. Weil auch eine ruhige Hand, die eben ein Objektiv ruhig führen kann, auch ein schweres Objektiv, das muss man auch erst mal irgendwie ein bisschen üben. Am besten irgendwie in den Tierpark gehen und Löwen und Tiger abballern, egal was man jetzt von Zoos halten mag, einfach trainieren. Wie bei jeder Disziplin. Auch ich bin teilweise ein bisschen trainingsfaul und fotografieren nur, wenn es darauf ankommt, ist auch falsch und nicht gut. Also tut, was ich sage, aber tut nicht, was ich tue und geht fleißig trainieren. Ja, vielen Dank für die Tipps. Da sieht man mal wieder, die Ausrüstung ist das eine, aber eigentlich beginnt es im Kopf mit dem Wissen. Ich kenne es ja selber, dann geht man durchs Fotogeschäft und sieht dann wieder das 600mm Objektiv. Denkt man, das wäre jetzt schön oder die neue Kamera. Aber eigentlich braucht man nicht immer das beste Equipment und kann trotzdem irgendwie sehr gute Bilder machen. Ja, eben Beispiel, also ich habe das Tamron 150-600 in der ersten Generation. Das habe ich jetzt seit 2016 drauf. Also im Grunde sind 90%, 95% von allen meinen Bildern sind mit dem Ding gemacht. Und klar, wenn man sich meine Bilder anguckt, sieht man schon, okay, qualitativ ist das schon in Ordnung. Also ohne, dass ich jetzt groß prahlen will. Natürlich werden auch manche sagen, okay, so geil ist es doch nicht. Geschmack ist natürlich subjektiv, aber ich denke, der Unterschied zu einem wirklich großen 600er, der ist natürlich da. Aber so mega riesengroß ist der jetzt auch nicht, finde ich. Also ich denke, eben mit günstigem Equipment und so ein 150-600 gebraucht, kriegst du für 700 aktuell. Das ist eigentlich ein Witz für die Brennweite. Und natürlich gucke ich mir auch mal irgendwie Reviews an zu Objektiven, zu neuen Kameras. Denke, oh ja, so eine Sony Alpha 3 wäre geil. Oder jetzt die ganz neue Canon 1DX Mark III. Gut, kostet halt 7500 Euro. Wäre aber schon geil. Aber ja, ob damit die Bilder so viel besser werden. Du hast vorhin schon gesagt, richtigerweise, es beginnt im Kopf und mit dem Wissen. Und der Fotograf macht die Bilder und die Kamera ist nur das Handwerkszeug. Von daher, wie du sagst, man braucht nicht immer das Neueste und das Teuerste, sondern viel lieber den geilen Spot und die geile Freistellung. Und dann sind die Bilder auch schon geil. Ja, ich denke mal, das ist ein sehr gutes Statement. Jetzt würde mich noch interessieren, mit welcher Kamera oder mit welchem System arbeitest du? Du hast ja jetzt gerade Sony angesprochen. Arbeitest du auch mit Sony oder wie sieht das aus? Nee, Sony war jetzt nur ein Beispiel für coole Kameras. Ich bin relativ fast schon altertümlich unterwegs. Ich bin Canon Fotograf. Ich habe zwei Buddies, eine 7D Mark II als APS-C Kamera und eine 5D Mark III als Vollformat Buddy. Das eben angesprochene Tamron 150-600mm mit Blende, was hat das, 5-6-3 als Haupttierobjektiv. Dann habe ich noch einen Weitwinkel 16-35mm, 2-8mm Mark II von Canon. Und als so immer drauf Linse, so als Zwischending in 24-105mm Blende 4, auch von Canon. Auch ein sehr cooles Objektiv, gerade für Landschaften. Da kann man irgendwie vom weitwinkelten Bereich bis in den tälerhaften Bereich 24-105mm alles abdecken. Also ich bin damit auch mal eine ganze Woche irgendwie durch Garmisch-Partenkirchen und die Umgebung gelaufen und habe keine andere Linse gebraucht. Also das ist eigentlich so, wenn man jetzt wirklich eine Minimalausrüstung will, 24-105mm plus 150-600mm, damit kommt man schon richtig weit. Ja, das glaube ich. Und du bist Canon-Fan oder Canon-Benutzer, weil du mit Canon angefangen hast? Oder bist du auch immer noch nach wie vor überzeugt von Canon? Oder ist es einfach jetzt zu teuer, umzusteigen? Ja, ich habe angefangen damit, genau eben, wie ich vorhin kurz erzählt habe, im Media Markt Prospekt aufgemacht, weil ich den Spiegel Reflex wollte. Oh, da ist einer, das ist eine Canon. Ach ja, die Marke kenne ich. Okay, kaufe ich mal. Okay, seitdem hänge ich halt auf Canon. Genau wie bei mir. Eben, klar. Man hat inzwischen seinen ganzen Equipment-Fuhrpark und ich könnte natürlich alles verkaufen. Jetzt alles von Nikon holen oder von Sony ging auch. Sony ist bestimmt geil, ob es in Zukunft so der Game Changer bleiben wird, wie es jetzt in den letzten Jahren war, bleibt abzuwarten. Vorteil bei Canon oder auch bei Nikon ist natürlich, dass es die ganzen Objektive halt schon viel, viel länger gibt. Also diese ganzen neuen, reinen Sony-Objektive, also die es wirklich von Sony selber sind und die man nicht irgendwie mit Canon und Adapter drauf schnallen muss, die gibt es dann noch gar nicht so lange. Das heißt, es gibt auch keinen Gebrauchtmarkt, keinen großen. Das heißt, die sind einfach immer noch schweineteuer, weil es eben kaum gebrauchte Linsen gibt. Da ist man bei Canon und Nikon natürlich schon wesentlich mehr im Vorteil. Wenn ich jetzt nochmal anfangen müsste, ich würde, glaube ich, wirklich zu Nikon gehen, weil Nikon einfach geilere Kameras hat, auch coolere Objektive hat, einfach, finde ich, innovativer ist noch als Canon. Canon hat in den letzten Jahren nicht so viel wirklich an geilen Neuerungen rausgebracht. Aber eben, meine Frau fotografiert auch auf Canon. Ich habe Freunde, die auf Canon fotografieren. Da hat man eben irgendwie zusammen einen Objektivfuhrpark mit irgendwie 10, 12, 15 Linsen. Und egal, wer auch mal immer was braucht, kann man immer irgendwie teilen. Und da ist es einfach, ja, es ist unwirtschaftlich, komplett umzusteigen. Und wenn ich neu anfangen würde, würde ich mit Nikon anfangen. Aber eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, Equipment ist wichtig, aber nicht so wichtig wie der Fotograf. Und ich komme damit klar bisher. Und von daher bleibe ich erstmal dabei. Ja, ist ja auch immer wichtig, dass man seine Kamera gut kennt. Ich habe das jetzt gemerkt. Meine alte Canon, die ich bis vor wenigen Wochen genutzt habe, die hatte irgendwie, ja, fünf Knöpfe. Die wusste ich blind. Und jetzt bin ich bei der neun. Und so oft habe ich gemerkt, wie ich auf einmal schlecht fokussieren konnte. Oder, ach, dann konnte ich nicht schnell genug den ISO umstellen und so weiter. Insofern ist es eigentlich meistens wichtiger, dass man sein Handwerk oder sein Material bedienen kann. Und alles andere ist dann irgendwie zweitrangig. Und du hast ja vorhin auch schon angesprochen, dass eigentlich Bildgestaltung und so weiter viel, viel wichtiger sind. Ja. Weitere Tipps von dir gibt es ja noch in deinem E-Book. Das ist kostenlos. Das werde ich auch nochmal unten verlinken. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das war jetzt in meinen Semesterferien auch Abendlektüre. Hat mir auch sehr viel gebracht. Oh, cool. Danke, danke. Wo findet man dich denn sonst noch? Wir haben es zum Teil schon angesprochen. Wenn man jetzt ganz neugierig geworden ist, wo findet man deine Bilder? Wo findet man deine Videos und so weiter? Da gibt es diverse Anlaufstellen. Kellerfoto.de ist meine Homepage. Da ist alles gebündelt. Da gibt es Videokurs, E-Book, Podcast-Links, Infos zu mir, Bildergalerie, alles, was man eben auf der Homepage erwartet. Bei Instagram auch unter addkellerfoto. Da kann man mir auch folgen. Da bin ich auch sehr aktiv, mache viele Storys und Tipps und Bilder. Und eben, einfach hier auf YouTube das Video hier noch zu Ende schauen. Dann den Kanal von dir natürlich abonnieren. An alle, die es jetzt sehen und noch nicht gemacht haben. Und dann einfach Jochen Keller, also quasi meinen Namen, einfach oben in der Suchleiste bei YouTube eingeben. Und dann kommt ihr auf meinen Kanal und könnt euch da auch gerne mal ein paar Videos anschauen und hoffentlich positives Feedback da lassen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Die Links sind selbstverständlich alle in der Beschreibung. Cool. Sprich, ihr wisst, was ihr nach dem Video zu tun habt. Und ich würde sagen, ich bin mit meinen Fragen durch. Gibt es von dir irgendwie noch ein Schlusswort? Dies ist mein Brot, das für euch hingegeben wird. Geht hin in Frieden. Amen. Das hört sich doch gut an. Nee, ansonsten, danke dir für das Interview. War sehr cool. Freut mich, dass ich hier dabei sein darf. Ich hoffe, dass alle, die jetzt hier zugeschaut haben, die ein oder andere Sache mitnehmen konnten. Und eben, wenn ihr Interesse an weiteren Inhalten habt, schaut eben E-Book, Videokurs an. Hört euch den Podcast an. Wir haben es ja schon hier zu Genüge erwähnt. Ich will jetzt auch gar nicht mehr so viel Werbung machen zum Schluss. Da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Und ja, dir wünsche ich noch viel Erfolg weiterhin mit dem Kanal. Und ich werde auf jeden Fall dranbleiben und hier immer mal wieder reinschauen, was alles so Neues gibt. Und eben, da kann auch ich was lernen, weil ich habe auch schon ein gewisses Artenwissen an Ornithologie. Aber auch das ist bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Und da bist du noch irgendwie ein paar Schritte weiter, wie ich auf jeden Fall. Also von daher ist das, glaube ich, eine Win-Win-Situation, wenn ich auch bei dir mal reinschaue. Genau. Du lernst ornithologisches Wissen bei mir. Ich lerne Fotografieren bei dir. Da gewinnen doch beide. Und die Zuschauer können auch beides tun. Ich glaube, das ist doch ein guter Deal. Dann würde ich mich bei dir auch noch mal bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir super Spaß gemacht und war auf jeden Fall sehr viel dabei, was uns alle weiterbringt, glaube ich. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht in ein paar Monaten oder Jahren noch mal zusammensetzen und schauen, wie weit wir dann gekommen sind. Ob du in der Alte Arktis warst, ob du auf den, ja, deine ganzen Reisen abgeklappert hast, ob alles geklappt hat, ob du vielleicht sogar dann bei Nikon bist. Wer weiß, das würde mich mal total interessieren. Genau. Genau. Vielen Dank. Falls jemand von Nikon zuschaut, wenn ihr mich sponsert, komme ich sofort. So groß bin ich dann doch noch nicht. Wer weiß, kann ja noch werden. Ja eben, schauen wir gerne mal in ein paar Jahren, machen wir noch mal so eine Session hier. Und ja, vielen Dank noch mal für das Interview. Hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, ciao, ciao, oder?